Hoho, haha! Herzlich Willkommen bei meinem Podcast, die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge. Diese Folge heißt, kann man Humor lernen oder Lebenskünstler von Anfang an? Humor ein Begriff, den wohl jeder kennt. Aber was genau ist eigentlich Humor? Es existiert noch keine allgemeingültige Definition. Was fällt dir als erstes dazu ein? Vielleicht Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich denke, dieser Ausspruch von dem deutschen Schriftsteller Otto Julius Bierbaum ist der bekannteste Spruch zum Thema Humor. Die Wirksamkeit von Humor wird wunderbar deutlich mit der Beschreibung von Joachim Ringelnatz. Humor ist der Knopf, der dafür sorgt, dass uns nicht der Kragen platzt. Ha, 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 ha! Ich finde, das ist so eine deutliche Beschreibung. Der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Und du, bist du humorvoll oder eher humorlos oder mal so, mal so, je nach Stimmung und Situation? Stimmung und Situation sind wichtige Faktoren. Bin ich völlig entspannt, kann ich leichter über etwas lachen. Bin ich gerade ziemlich überlastet, kann es durchaus auch von mir zu hören geben. Das ist jetzt aber gerade gar nicht lustig. Und Situationen? Es gibt Situationen, die auf den ersten Blick ärgerlich erscheinen, die mir aber inzwischen schnell ein Lächeln entlocken. Und andere Situationen, wo ich denke, Mensch, du willst dich doch eigentlich nicht mehr so ärgern. Groteskerweise bekam ich gerade, als ich mich mit dieser Podcast-Folge beschäftigt habe, einen Anruf. Sie hätten heute einen Krankengymnastik-Termin gehabt. Ich stutzte. Wie? Gehabt. Ups, ich hatte ihn in der Tat vergessen. Aber warum ruft diese Frau mich nach meinem Termin an? Das kam mir so vor, als würde sie mir eine lange Nase drehen. Krammel, Krammel, Ärger, Ärger. Wenn in meiner Praxis ein Patient zu spät kommt, warte ich ein paar Minuten, jeder kann mal zu spät kommen. Aber ich weiß ja auch, wer sonst mega pünktlich ist. Und dann rufe ich ihn direkt an und horche, warum er nicht kommt, sodass er eine Chance hat, noch zu kommen. Das finde ich eine faire Sache. Und wenn der Patient nicht da ist, habe ich auch Zeit dafür. Ich kann ihn doch anrufen. Warum also ruft diese Frau mich nach meinem Behandlungstermin an? Ja, ärgern, ärgern. Aber ich weiß, es ist, wie es ist. Shit happens. Was kann ich daran ändern? Das nächste Mal auf jeden Fall besser in meinen Kalender gucken. Und ich werde mit der Praxis reden. Den Ärger, auf dem ich immer noch sitze, ja, den setze ich wohl besser auf ein Wölkchen. Ich setze den Ärger besser auf ein Wölkchen und lasse ihn von dannen ziehen. Am besten puste ich dieses Wölkchen noch kräftig weg. Denn es klemmt noch. Ärger, ärger. Aber ausatmen ist immer sehr hilfreich. Besonders bei Angespanntheit, bei Stress, Angst, Ärger. Also nochmal. Ärger auf das Wölkchen setzen. Einatmen. Und pusten. Noch einmal. Einatmen. Wird schon besser. Das Wölkchen entfernt sich langsam, aber sicher. Aber ich denke, das läuft wohl noch unter. Entwicklungspotenzial. Humor kultivieren. Welch wunderbares Vorhaben. Lass uns immer mehr Möglichkeiten entdecken, wie wir auch kleine und größere Stolpersteine durchaus heiter überwinden können. Ich wünsche dir und mir, dass wir immer mehr erleben können, statt von Ärger, von Heiterkeit durchflutet zu werden. Für mich symbolisiert besonders eine Lach-Yoga-Übung sehr deutlich, dass manche Situation einfach so ist, wie sie ist. Das rote Ampel-Lachen. In Folge 1 habe ich das auch schon ausführlich beschrieben, mit anderen Ausführungen wie heute. Du kannst also gerne auch in der Folge 1 nochmal nach dem rote Ampel-Lachen schauen. Diese Übung steht für Situationen, die wir nicht ändern können. Ärger verändert nichts? Dann können wir auch darüber lachen. Was fällt dir noch ein, wo wir ausgebremst werden, wo wir mit dem Auto doch lieber weiterfahren wollen? Alles, was uns ausbremst und damit in unserem Fluss stört, macht uns in der Regel kribbelig. Aber Ärger lässt die Ampel nicht schneller grün werden und die Zeit der Rotphase erscheint einem viel länger, als wenn ich die Zeit sinnvoll genutzt habe. Verwandeln wir also diese lästig empfundene Wartezeit in geschenkte Zeit. Auch hier wieder ein Umdenken, nicht, ich muss warten, ich will doch weiter und oh Gott, oh Gott, sondern geschenkte Zeit. Diese Zeit würde ich sonst nicht in dieser Ruhe verbringen, wenn ich sie in Ruhe verbringe. Du kannst diese schöne Zeit ausfüllen, zum Beispiel, indem du die Hände mal vom Lenkrad nimmst, die Hände entspannst, die Arme, die Schultern und tief ein- und ausatmen. Statt angespannt, das Lenkrad zu halten und zu schimpfen, dass die Ampel rot ist. Nein, die Hände, Arme, alles darf sich entspannen, geschenkte Zeit. Nutzen zum Entspannen. Die Mundwinkel können wir langsam hochziehen. Dann auch mal freundlich nach links und nach rechts schauen. Die Nachbarautos, die Autofahrer, die Beifahrer freundlich anlächeln. Und bei dem Hin- und Herschauen haben wir auch schon eine schöne Nackenübung. Und auch der Nacken kann sich entspannen. Du kannst leise oder auch laut vor Dich hinlächeln, kichern oder lachen. Statt verärgert die Kiefergelenke zusammenzudrücken, können sich diese entspannen. Das Zwerchfall hüpft, die Endorphine, die Glücksbotenstoffe werden aktiviert. Statt Adrenalin und Cortisol der Stresshormone werden die Glücksbotenstoffe, die Glückshormone aktiviert. Das ist doch eine bessere Wahl, oder? Du kannst statt Dich zu beschimpfen und Dich selber fertig zu machen, wohltuende Worte zu Dir sagen, wie zum Beispiel Ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Oder ich komme zu spät, aber in völliger Gelassenheit. Im Radio habe ich vor ein paar Jahren gehört, zum Geburtstag der Ampel, dass jeder Autofahrer laut Statistik vier Jahre in seinem Autofahrer-Dasein vor einer roten Ampel verbringt. Da sind noch nicht mal die Zeiten bei der Baustelle und so weiter mit eingerechnet. Also lohnt es sich doch, diese Zeit anders zu verbringen als mit Ärger, sondern eher mit Entspannung und Heiterkeit. Die Ampelschaltung können wir nicht bestimmen. Aber wie wir uns schalten, darauf haben wir definitiv Einfluss. Was nutzt der Biss ins Lenkrad? Da lachen wir doch lieber einmal über uns selber. Ganz nach dem Motto Lieber aus der Rolle fallen, als in die Falle rollen. Dazu machen wir die Übung über uns selber lachen. Das ist eine der wichtigsten Übungen, weil wenn wir über uns selber lachen können, ist vieles sehr viel entspannter. Dazu nehmen wir den Zeigefinger und ziehen ihn auf uns selber zur Mitte des Brustbeins, klopfen dort ganz sachte drauf auf die Mitte des Brustbeins und lachen einmal herzhaft über uns selber. Über all das, wo wir denken, meine Güte, jetzt hast du da fast wieder ins Lenkrad gebissen. Was nützt denn das alles? Ach, da kann ich doch lieber entspannt eine Runde lachen. Und dann wundert man sich, wie schnell die Ampel auf einmal grün ist. So kommst du sicherer und entspannter an dein Ziel. Deine Kollegen oder wer sonst auf dich wartet, brauchst du nicht mit genervten Erzählen belästigen. Nein, du kannst mit vollem Elan beginnen, was zu beginnen ist und holst die Zeit locker auf. Humor ist ein spezielles Pflänzchen, welches gepflegt werden will. So wächst es und ist ein sehr wirkungsvolles Heilkraut. Echter Humor wird aus Schwierigkeiten geboren, sagt der österreichische Professor Dr. Alfred Kirchmeier, unorthodoxer Psychoanalytiker und selbsternannter Witzlandschaftspfleger. Ja, in der Tat, so einen Beruf gibt es, einen Witzlandschaftspfleger. Als Witzlandschaftspfleger sammelt er achtsame, nicht verletzende, humorvolle Witze. Er nennt sie Orchideen in der Witzlandschaft. Ein jüdisches Sprichwort sagt, in der Krise blüht der Witz. Das finde ich schon sehr interessant. Witz und Humor, beides verbinde ich mit Heiterkeit. Aber beides entsteht durch Situationen, die gar nicht heiter sind. Da haben wir wieder das Naturgesetz von Ying und Yang. Das eine besteht durch das andere. Nur wer Dunkelheit kennt, weiß, was Licht ist. Der heitere Psychoanalytiker sagt weiterhin, Humor setzt das Spielerische im Menschen frei und ist damit ein kreatives, heiteres und listiges Kind der Lebensfreude, trotz aller Widrigkeiten, Enttäuschungen und Grausamkeiten. So kommt es zu der Aussage, wenn jemand die Fähigkeit hat, schwierige, verfahrene, absurde, unerträglich erscheinende Situationen zumindest mit einem lächelnden Auge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Der hat Humor. Der deutsche Komiker Karl Valentin beschreibt es so. Ich freue mich, wenn es regnet und wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. An dieser Stelle ein Witz. Nach einem Englandurlaub fragen Freunde, wie war denn das Wetter in England? Sehr schön. Hat es denn gar nicht geregnet? Doch, doch. Aber der Regen wurde immer wärmer. Bei meinen Ausführungen über Humor möchte ich den Humor, der die Fronten verstärkt, aggressiv und feindlich gestimmt ist, nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Ich möchte ihn keineswegs nähren, sondern lieber meiden. Dazu gehört Zynismus und Sarkasmus, Spott und Ton. Diese Formen bedienen sich der Missachtung und fallen damit bei mir voll durch mein Netz. Da sehe ich für mich nicht den wirklichen Gewinn, leichter durchs Leben zu gehen. Mir geht es um den Humor, der Streitigkeiten, Angespanntheit und Ärger auflösen und Perspektivenwechsel entstehen lassen kann. Mit dieser positiven, harmonisierenden Form wird heitere Verbindung möglich. Dazu gehören Selbstironie, Witze, Komödie, Parodie, Karikatur. Allerdings auch hier nur, wenn es nicht auf Kosten anderer geht. Dies möchte ich pflegen und wachsen lassen und auch dich dazu ermuntern. Über sich selber lachen können und Perspektivenwechsel habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Beides sind ganz wichtige Schlüssel für einen entspannten Umgang mit kribbeligen Situationen, für ein achtsames Miteinander und damit für ein fröhlicheres Leben. Kein moralisierender Zeigefinger, sondern eine lustvolle, spielerische Art und Weise zu agieren, Leichtigkeit genießen und im besten Fall die Menschen, die um uns herum sind, damit anstecken. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder klar vor Augen halten, dass alle Gedanken, die wir haben, alle Worte, ob selber gesprochen oder gehört und alle damit unmittelbar verbundenen Gefühle direkt auf uns selber und auf unser Gegenüber und damit auf das Gesamtbefinden von allen Beteiligten wirklich unmittelbar reagiert. Wissenschaftler können über diese Wirkung berichten. Deutlich finde ich es zum Beispiel bei der Musik. Wenn wir Musik hören, also wenn man zu einem Film kommt, ins Zimmer kommt, wo gerade ein Film geguckt wird und man hört die Musik, dass man sofort deutlich weiß, das ist ein Krimi oder das ist ein Liebesfilm und diese Musik gleicht diese Stimmung, dieses Gefühl dafür in uns wachruft. Da brauchen wir gar nicht eine halbe Stunde warten. Das hören wir und fühlen es direkt. Somit immer wieder bedenken, welche Worte wir nutzen. Rede ich mit verächtlichen Worten, wirkt sich die Verächtlichkeit also nicht nur auf den Empfänger aus, sondern wirkt auch gegen mich selber. Wähle ich humorvolle Worte, wirkt sich die heitere Stimmung ebenso auf beide beteiligten Personen aus. Du hast die Wahl. Das ist deine Freiheit. Raus aus der Opferrolle. Du kannst selber bestimmen, welche Stimmung, welche innere Haltung, welche Umgangsform du leben möchtest. Hier möchte ich das Lachmantra vorstellen. Das Lachmantra ist eine Lachyoga-Übung, die wunderbar dabei hilft, dass wir Stimmung verändern. Wenn wir uns über etwas ärgern, dass wir über den Ärger in die Heiterkeit kommen. Und was dabei auch ganz, ganz großartig ist, ist, dass wir uns damit letztendlich mit einem guten Gefühl und mit dem Lachen verbinden und nicht bei dem Ärger bleiben. Ein Beispiel. Morgens Kühlschrank und ich hole die Milch raus. Tja, leider hektisch. Ich habe keine Zeit. Nachher muss ich viel Zeit haben. Denn ich verschütte Milch. Und ich kann sie so ja nicht da verschüttet in Anführungsstrichen liegen lassen. Ich muss sie wegpotzen. Also brauche ich auf einmal viel Zeit. Hätte ich doch lieber gleich alles in Ruhe gemacht. Egal, es ist passiert. Ich kann mich ärgern. Davon geht die Milch nicht wieder zurück in die Flasche. Also kann ich mein Lachmantra ansetzen. Und zwar mit der Vorstellung oder direkt mit dem Lappen wischen und erst im Ärgerraum geben, indem ich sage Ha 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 Ich wische und immer dabei die Worte Ha 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 Die Laute Ha 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 Und dann kann ich langsam in die heitere Stufe kommen. Ha 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 Und kann anfangen dabei über mich selber zu lachen, wie ich dann mich aufwische und über meinen Ärger und über mein mein Schusseligsein und komme weiter in die Heiterkeit. Ha 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 Und ehe ich es nicht versehe, habe ich alles aufgewischt und habe wieder mal es geschafft, nicht das Adrenalin und Cortisol zu aktivieren, sondern die kleinen Endorphinchen, die Glücksbotenstoffe. Und wenn ich im Laufe des Tages an diese Situation zurückdenke, denke ich nicht in Ärger, sondern in Ha 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 Oder wenn ich erst jemandem erzähle, Mensch, heute Morgen und die Milch, dann nicht Grummel, Grummel, sondern Ha 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 Dann habe ich da direkt gelacht beim Wegputzen. Und das ist doch gut, dass wir uns dann nicht zigmal am Tag immer wieder mit einer Situation verbinden, die wir eigentlich gar nicht mögen, sondern wir haben sie transformiert. Eine sehr gute Möglichkeit, die man auch auf die verschiedensten Situationen übertragen kann. Wenn wir diese innere Haltung trainieren, ebenso den Blick dafür, wie wir Situationen humorvoll meistern können, haben wir ein gutes Werkzeug, auch für schwierige Situationen. Dann ist es möglich, rasch, geradezu spontan, den Zauber des Humors zu nutzen. Je häufiger wir humorvoll denken, desto mehr bilden sich entsprechende Zellen in unserem Gehirn aus. Das Humorzentrum wächst und gedeiht und steht uns immer selbstverständlicher zur Verfügung. Dr. Eckart von Hirschhausen hat vor ein paar Jahren die Behauptung aufgestellt, dass das menschliche Gehirn nicht nur einen Frontallappen, Seitenlappen und Hinterlappen besitzt, sondern auch einen Jammerlappen. Später hat ihm ein Freund geschrieben, du, Forscher haben den Jammerlappen jetzt in echt gefunden. Ich finde die Vorstellung, dass wir einen Jammerlappen im Kopf haben, sehr erheiternd. Forscher haben auch festgestellt, dass wir ein Lachzentrum im Kopf haben. Da soll mal jemand sagen, wir haben nichts im Kopf, da ist eine Menge drin. Der Kopf ist ja auch unser schwerstes Körperteil. So, da haben wir schon wieder unsere freie Wahl. Füttern wir nun die Zellen des Jammerlappens oder die Zellen des Humorzentrums oder die Zellen des Lachzentrums. Jammern kann ja auch befreiend sein und auch Spaß machen. Es geht ja nicht darum, dass das alles gar nicht mehr sein darf. Trauer, Jammern, Ärger, Wut, alles Emotionen und Motoren, die wir in unserem Leben ja auch brauchen. Aber wichtig ist, dass wir da drin nicht hängen bleiben. Und deshalb habe ich mir dann eine Übung ausgedacht, wie wir den Jammerlappen entfernen. Und daraus ist das Jammerlappen Lachen geworden. Bei dem Jammerlappen Lachen ist es so, dass jeder ein Gefühl dafür hat, denke ich mal, wo in seinem Kopf der eigene Jammerlappen so sitzt. Dort können wir mit der rechten Hand und auch durchaus mit der linken Hand hingehen und uns vorstellen, dass wir so nach und nach diesen Jammerlappen aus unserem Kopf herausziehen. Wenn wir da mal genau hinspülen, dann wundern wir uns, wie lang dieser Jammerlappen ist. Meine Güte, das ist ja hier richtig meterweise Stoff. Aber es ist auch befreiend. Also ich merke, es fühlt sich sehr gut an, dass dieser Jammerlappen aus dem Kopf kommt. Und dann nehmen wir den in die rechte Hand, schwingen diesen Jammerlappen wie ein Lasso über dem Kopf mit einem Ha-Ha-Ha und beim vierten Mal Ha-Ha-Ha-Ha-Ha schmeißen wir ihn aus dem Fenster. Also Jammerlappen haben wir rausgezogen in die rechte Hand und jetzt Lasso Ha-Ha-Ha-Ha und Ha-Ha-Ha-Ha-Ha Wir schmeißen ihn aus dem Fenster. Hände noch mal abstreifen, dass auch die letzten Reste dann nicht mehr da dran kleben geblieben sind. Alles weg. Und dann nehmen wir unseren Zeigefinger. Ihr wisst ja mittlerweile, das ist unser Lachfinger. Da gehen wir in dieses Zentrum, was jetzt ja leer ist. Der Jammerlappen ist ja raus aus unserem Kopf. Dann gehen wir dort hin, wo die leere Stelle ist und bringen dort Licht und Lachen und Frohsinn hinein. Das Hirn bekommt Leichtigkeit, Frohsinn, Freude, alles, was euch Schönes einfällt, was ihr da gerne haben möchtet, könnt ihr über den Lachfinger, wie bei der Tankstelle, so reingeben in den Kopf. Wunderbar. Dann möchte ich auch noch an die Mentalseide erinnern. Auch da können wir unseren Kopf schön freimachen, von alten Mustern, von Sorgen und Ängsten, die wir in dem Kopf gar nicht mehr haben möchten, auch zu hören in der Folge 1, genauere Ausführungen zur Mentalseide. Wir können auch das Gehirn nochmal ganz fein putzen, das möchte ich an dieser Stelle erklären. Und zwar haben wir zwischen unseren Gehirnhälften einen Balken. Dieser Balken geht von der Stirn nach hinten zum Hinterhaupt und da stellen wir uns vor, dass genau auf dem Balken ein Reißverschluss ist. Den machen wir mal ganz langsam auf. Und dann holen wir unser Gehirn raus und nehmen es ganz sacht in die linke Hand. In der rechten Hand haben wir ein flauschiges, feines Schwämmchen. Und da können wir jetzt diese ganzen Hirnwindungen, die wir da haben, nochmal ganz gründlich sauber machen. Wenn da noch irgendwas an Resten ist, wird man mal wieder schön pusten und schön putzeln. Wunderbar. Das ist ja wirklich blitzblank. Und dann können wir dieses frische, schöne, saubere, fast wie neue Gehirn wieder einsetzen. Und den Reißverschluss wieder zumachen. Und wieder Lachfinger, der versiegelt den Reißverschluss. Na, das ist doch großartig. Der Jammerlappen ist draußen. Wir haben Licht, Freude, Heiterkeit in den Kopf geschickt. Wir können neu denken, weil die Mentalseide viel gereinigt hat. Wir haben mit dem Schwämmchen das sauber gemacht. Also, wir können wirklich in dieses Jahr so gut reingehen, dass es möglich ist, anders zu denken, Neues aufzunehmen. Und der Humor kann sich ausbreiten. Mit diesem freien Platz und den gereinigten Gehirnwindungen haben wir auch Platz für neue Denkmuster. Auf geht's! Denk neu! Schau, was du dir erlaubst. Losgelöst von ausbremsenden Glaubenssätzen. Kennst du das? Freu dich nicht zu früh. Denk doch mal lieber, wer sich früh freut, freut sich länger. Und kennst du die Spaßbremse? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich vertrete die Meinung, dass man in jeder Arbeit Heiterkeit und Humor einfließen lassen kann. Wenn man denn möchte. Also, arbeite mit Vergnügen. Mit Vergnügen arbeitet es sich leichter. Leichter arbeiten mit Vergnügen. Sei kreativ. Schaffe dir unterstützende, lebensbejahende Sätze. Finde deine eigenen Sätze. Die unterstützen immer am allerbesten. Und das Loben nicht vergessen. Zum Beispiel, sehr gut, sehr gut, yeah. In die Hände klatschen, Daumen hoch und yeah. Sehr gut, sehr gut, yeah. Oder ein Arm nach vorne mit Daumen hoch, gut. Anderen Daumen nach vorne strecken mit gestrecktem Arm, sehr gut. Gut, beide Daumen tippen auf uns selber, wunderbar. Nochmal, rechten Arm strecken, Daumen hoch, gut. Linken Arm strecken, Daumen hoch, sehr gut. Beide Daumen tippen auf uns, wunderbar. Gut, sehr gut, wunderbar. Das sagt er öfter mal am Tag. Denn du machst bestimmt immer wieder etwas ganz wunderbar. Jeder lacht und schmunzelt über etwas anderes. Männer, Frauen, Erwachsene, Kinder, verschiedene Kulturen, berufsspezifische Witze, in unterschiedlichen Situationen, in Verbindung mit Vertrauten oder fremden Menschen und so weiter. Ich möchte dich dazu einladen, mit dir durch deine eigene Humorbiografie zu wandern. Dazu gebe ich dir ein paar Fragen als Anregung. Zum Beispiel Welche Rolle spielte Humor in deiner Familie? Worüber lachte deine Mutter und dein Vater? Worüber lachten deine Großeltern? Und deine Geschwister? Worüber hast du im Kindergarten gelacht? In der Schule? In der Pubertät? Mit deinen Freunden? Hast du dich gerne über jemanden lustig gemacht? Wie hast du dich dabei gefühlt? Welche Spiele hast du gerne gespielt? In welcher Situation hast du über dich selber gelacht? Hat sich dein Sinn für Humor verändert? Um deinen Sinn für Humor zu überprüfen, kannst du dir folgende Fragen anhören und für dich beantworten. Welcher Witz gehört zu deinen Lieblingswitzen? Was bringt dich zum Lachen? Wenn sich jemand über dich lustig macht, wie fühlst du dich da? Welche Art von Humor magst du und welche nicht? Wann ist dir das letzte Mal dein Humor komplett vergangen? Worüber kannst du dich so richtig aufregen? Wie hilft dir Humor, Probleme besser zu bewältigen? Vielleicht fallen dir noch ganz andere Fragen dazu ein. Für Humor gibt es kein Rezept, aber jede Menge Zutaten, wie zum Beispiel Herzenswärme, Ideenreichtum, Spontanität, Verständnis, Einfühlungsvermögen. Humor bedeutet, eine schwierige Situation mit lächelndem Herzen zu bewältigen und nicht umgekehrt. Let your smile change the world. Don't let the world change your smile. Die humoristische Einstellung ist eine köstliche Begabung. Wer kein Naturtalent ist, kann sich darin üben. Es ist möglich, den Blick und den Geist zu schärfen, um den Witz und das Heitere in den verschiedensten Situationen erkennen zu können. Dazu ein Witz. Ein Ehepaar wird zu ihrer goldenen Hochzeit interviewt. Wie haben sie es geschafft, so lange miteinander glücklich zu sein? Er Ach, das ist ganz einfach. Wir gehen regelmäßig in unser Lieblingsrestaurant. Meine Frau am Montag und ich am Donnerstag. Ja, so kann man es machen. Beim Lach-Yoga lachen wir ja einfach so, grundlos, mit gedankenfreiem Kopf. Somit brauchen wir keine gedankliche Übereinstimmung. Aber beim Humor sind Gedanken im Spiel und viel Wortspielerei. Ein Gespräch im Blumenladen. Sind diese Blumen künstlich oder echt? Künstlich. Echt. Ja, echt künstlich. Wir können den Blick durch die Humorbrille und das Hören mit dem Humor-Hörgerät schulen. Wir müssen dabei aber schon auch bedenken, dass hier durchaus eine unterschiedliche humoristische Sichtweise besteht. Denn jeder findet durchaus etwas anderes heiter. Sender und Empfänger können etwas Unterschiedliches beabsichtigen und das, was der eine so meint beim Sagen, muss nicht unbedingt bei dem anderen als das Gleiche in seinem Ohr, in seiner Umsetzung ankommen. Herrlich heiter ist es, wenn sich beide gut verstehen, wenn die Wellenlänge stimmt. Dann ist einfach nur heitere, pure Freude und Entspanntheit. Die Sichtweise ist gekoppelt an das, was wir kennen. Wir können aber unseren Blickwinkel erweitern und die Perspektive wechseln. Da haben wir es wieder. Wir haben es ganz wichtig, immer wieder auch uns erlauben, mal anders zu gucken. Das kann sehr hilfreich sein. Dazu wagen wir jetzt mal einen Blick durch die Humorbrille. Das heißt, wir nehmen an beiden Händen die Kuppen von Daumen und Zeigefinger zusammen. So haben wir zwei Brillengläser. An den Fingerspitzen sind Magneten und wenn wir die Finger zueinander führen, dann macht es irgendwann klack und ich habe eine komplette Brille. Die kann ich mir vor meine Augen halten und wenn ich da durchschaue, dann sieht die Welt doch schon gleich ganz anders aus. Die Humor-der-Spaßbrille und schon wird alles rosarot oder regenbogenbunt oder wie auch immer. Auf jeden Fall sieht es anders aus und ich kann vor mich hinkichern. Da sollte man durchaus ab und zu mal durchschauen. Dann nehme ich die Brillengläser wieder auseinander, packe meine Fingerkuppen hinter die Ohren und habe jetzt richtig große Lauscher und ihr könnt vielleicht sogar schon feststellen, wir hören damit auch lauter. Das Ohr ist wirklich jetzt die Schale größer und wir hören lauter. Dann können wir einmal ein richtiges großes Rhabarberohr nach links machen und stellen uns vor, alles was wir da hören und uns vielleicht eigentlich ärgern würden, über das was wir da hören, und denken wir, ach, also weißt du, ich kichere da einfach mal drüber. Dann recken wir unser rechtes Rhabarberohr weit nach rechts und auch da hören wir, wie jemand tuschelt und vielleicht denkt man, reden die komisch über mich und dann denke ich, ach, was soll's. Ich lache einfach mal drüber. Erlaubt euch, die Welt einmal anders zu betrachten und auch alles einmal durch dieses Humorhörgerät zu filtern. Dieses Neuhören und Sehen hilft, verfahrene Situationen mit Kreativität zu meistern. All diese Fähigkeiten gilt es zu üben und zu verinnerlichen. Werner Fink, deutscher Schriftsteller und Kabarettist, drückt es so aus. Die schwierigste Tonübung ist immer noch, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Zum guten Schluss möchte ich aber auch noch erwähnen, woher der Begriff Humor eigentlich ursprünglich kommt. Sprachlich ist Humor lateinischen Ursprungs und bedeutet Feuchtigkeit oder Flüssigkeit. Daher kommt vielleicht die Bemerkung trockener Humor, wenn es mit den Säften nicht so dolle passt. Die Bedeutungsgeschichte von Humor geht zurück auf die antike und mittelalterliche Lehre von den Vierkörpersäften, den Humoris. Zu den Vierkörpersäften gehört die gelbe sowie schwarze Galle, Schleim und Blut. Deren spezifische Mischung galt als ausschlaggebend für Temperament und Charakter. Sie brachte das cholerische, melancholische, phlegmatische oder sanguinische Temperament hervor. Letztlich gilt es, die unterschiedlichen Temperamente und Charaktere wiederum mit Humor zu nehmen. Und wie Karl Valentin so schön sagt, nimm es nicht so ernst, wie es ist. Wenn einem das gelingt, ist es eine wunderbare Erleichterung. Es ist keine einfache Übung. Deshalb gilt es, dass wir es in nicht so schweren Zeiten, in leichteren Zeiten beherzigen und trainieren. Dann steht diese wunderbare Unterstützung auch in komplizierten Seiten uns hilfreich zur Seite. Krankheit und Humor, Demenz und Humor, Diktatur und Humor, Tod und Humor, als Duo jeweils mehr Lebensqualität. Darüber berichte ich in einer weiteren Folge. Lachen macht uns lebendiger, selbst als Tod lachen. Wir werden zum Phönix, der aus der Asche steigt. Dazu möchte ich dir die Lach-Yoga-Übung Phönix aus der Asche vorstellen. Dazu gehen wir erst einmal in die Hocke und machen uns ganz klein, ganz klein, Kinn zur Brust, so klein wie du kannst. Gut atmen, soweit es möglich ist. Und dann schütteln und rütteln wir uns und werfen alle Sorgen, Ängste und was uns sonst noch im Gefieder hängt. Alles wird rausgerüttelt. Wir befreien uns von der Asche. Dabei werden wir immer größer, größer, kommen langsam hoch bis zum Stand. Dort angekommen, breiten wir unsere Arme aus zu großen, weiten Schwingen. Wir zaubern ein Lächeln in unser Gesicht und fliegen in den blauen, lichten Himmel. Ein frohes Gefühl breitet sich in uns aus. Wir schauen noch mal aus der Vogelperspektive nach unten und genießen das freie Gefühl. Fliegen durch den blauen Himmel, genießen die Vogelperspektive und das freie Gefühl und dann landen wir langsam wieder den Boden unter den Füßen und fühlen uns erfrischt und können nun auf neuen Wegen weitergehen. Das wünsche ich dir. Immer wieder frohen Mutes auf neuen Wegen weitergehen. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de Silvia mit ii vorne-hinten und rössler mit oe-s-s. Ich wünsche dir ein herzliches, heiter, weiter und freue mich auf unser Widerlachen. Eing 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 Untertitelung des ZDF, 2020